heute wird der sack jetzt mal fertig gemacht und den müssen wir mal ein bisschen hier so was haben wir denn nun jetzt schon okay tür auf geht nicht nur dank hier lang auch nicht ach es war das geht doch komm schon komm schon junge müssen da lang jawohl komm komm ein guter komm 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 nicht verstecken nicht verstecken hier lang hier lang mann 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 na klar kann ich die aufhalten ich sehe nix mann 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 weg 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 komm das machen wir zusammen das machen wir zusammen das mit ok komm 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 das ist uns zusammen machen jetzt geht doch mal er hat es geschafft hat es geschafft kommt 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 stirbt doch du auf dem arsch nicht 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 irgendwas stimmt mit diesem aufzug nicht ich kann nicht ich habe angst oh scheiße was sind das für den affen arsch du nervst du kunde komm runter 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 komm 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 schon ja weiter 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 Nerv. Muss ich irgendwo raus? Ist da noch einer? Nein. Das sieht gut aus. Gleich haben wir es. Ach, da muss ich ran. Ach, guck mal da. Supergeil. Supergeil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes, Baby. Nach sieben Minuten. Paul, bist du da? Wie viele Leben hast du, Mann? Ich habe mit neun angefangen. Langsam dürften sie knapp werden. Ich glaube... Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Typ, den ich gefunden habe, der Architekt, er hat es nicht geschafft. Ja. Du hast getan, was du konntest. Genau. Was ist passiert? Ach, ist egal. Ich habe mit einem Aufzug ohne Seil, als die Bremsen versagten. Hör zu, du musst dich selbst in Sicherheit bringen. Such dir einen Platz in einem Stockwerk, von dem du weißt, dass es sicher ist. Und ruh dich ein bisschen aus. Ja. Ich will jetzt nicht allzu deutlich werden, weil die ganze Welt zuhört, aber unsere Speer haben ein perfektes Versteck für dich gefunden. Es ist dunkel, leer und weit über deiner jetzigen Position. Da sind anscheinend auch jede Menge Computer. Weißt du, wo das ist? Das finde ich schon. Scheier. So, da war kurz eine kleine Unterbrechung. Jetzt geht es weiter. Ich muss jetzt irgendwo hin. Ich muss mal gucken. Oh. Weg hier. Weg, weg, weg. Ah. Computer sind hier. Na komm. Aha. Der Kopierraum. Man weiß ja nie, was hier schon abgegangen ist. Ach. Jetzt bin ich schon nach Falle hier, oder? Muss mal kurz Objekte gucken. Find einen die Möglichkeit, die Etage zu verlassen. Okay. Okay. Dort ist eine Tür. Und links war eine Tür. Und links war auch dieser komische Typ. Ich glaube, der ist weg. Ich glaube, dies bringt mir nichts. Ich muss da lang. Hier ins Herrenklo. Na ja. Hey Gerhard, bist du das? Gerhard? Na klar bin ich das. Komm. Das ist so gemein, aber er hat sich wenigstens noch einen Hosenstall zugemacht. Das ist geil. Ah, hier. Okay. Mal abspeichern, ne? Das hier. Ja. Etage verlassen. Ja. Kann ja bloß dann hier lang sein. Abgeschlossen. Nee. Okay. Komm, komm, komm. Etage verlassen. Jetzt geht das wieder los. Wie kann man denn hier die Etage verlassen? Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Tür auf. Ein Fahrstuhl. Nee. 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 Hm. Dann kann es ja bloß hier hinten lang sein. Ja, da ist die Tür. Aber irgendwie ruckt das heute hier wie verrückt. Aber er hat es nicht gelassen. Abgeschlossen. Ist ja doof. Oh. Die Ming-Vase ist kaputt. Und die hier? Die auch. Okay. Dann hier nochmal gucken. Ist hier eine Tür? Nee. Was ist das hier? Oh. Davon verstehe ich nichts. Hm. 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 Ah, da ist eine Tür. Ach nee, da waren wir doch schon. Ha. Da. Na klar. Hast du das gehört? Marco ist tot. Jemand läuft frei im Gebäude herum. Wie denn jetzt? Komm. Ja, auf den Köpfe. Ah. Zippo. Äh, Feuerzeug. Äh. Äh. Nee, warte mal. Wie war denn das Feuerzeug? B? Nee, das war die Marke. Hm. Toll. Ähm. Och Mann. Ja, hab ich doch gefunden. Warte mal. Die 1 ist meine Waffe. Okay. Und jetzt brauchst du das Feuerzeug. Wie war denn das? V? J? K? L? Ah. Yes, Baby. L. Ui, ui, ui. Was wir uns aber hier auch durch diese Abgasrohre. Ich bin da richtig hier, oder? Ja. Ja, das sieht alles gleich aus. Jetzt weiß ich auch, wie sich ein Rohrwurstbrief fühlt. So, jetzt hier lang oder was? Ah. Nee. Nee. Hey, hast du Feuer? Ja, hier. Na? Was hast du mit deinem Teil der Beute vor? Ich werde mir ein neues Auto kaufen. Keine von diesen billigen amerikanischen Kisten. Ein Ferrari oder vielleicht ein Porsche. Ha, das ist gut. Du magst Tempo, Michael. Was? Ja? Ja. Und was ist mit dir? Ich werde mein eigenes Café eröffnen. Ha, 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 ha. Naja. Ich werde das... Ich werde das... Ach, warte. Scheiße, warte. Autsch. Was ist denn jetzt? Hoch. Lass mal hier auch Waffe. Spring. Spring. Ha. Ha. So. Okay. Jetzt sind wir hier. Und jetzt? Hm. Hm. Und jetzt? Abgeschlossen. Was bringt das jetzt? Warte mal. Ich finde hier eine Möglichkeit, die Etage zu verlassen. Ach nee, jetzt bin ich wohl hier verkehrt. Ah. Jetzt stehe ich mal auf dem Ding drauf. Ähm, L. Ah, cool. So läuft das. Und... Und so läuft das. Ha, 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 ha. Tja, links oder rechts? Ach so. Die Frage ergibt sich. Dadurch, dass es nur nach links geht. Nochmal links. Und jetzt wieder runter. Ganz schönes Wirrwarr hier. Und jetzt? Ich muss einen anderen Weg finden. Aha. Das geht das wieder los. Och Mann. War da gerade so schön. Anderen Weg. Halt. Ist das eine Klappe? Nein, das ist keine Klappe. Dann hier lang. Dann hier wieder runter. Und hier wieder raus. So. Habe ich das jetzt ein- oder ausgeschalten? Klingt wie an. Ob ich es jetzt nochmal probiere? Nee, das wäre Quatsch. Ich probiere es nochmal. Hell. Aha. Das sieht danach aus. Du Lutsch. Aber das ist ein- Ach so, ich habe die Lüftung ausgemacht. Ah, Mist. Ich muss mal wieder zurück. Und dann... ...muss ich mir von da mal wieder einen Weg suchen. Ja. So, tot. Und... Ich suche mal nach dem Weg. Also, das sieht auch aus. Ich muss mal bei mir și коgexin樣es aus. Ja. Ich muss malen weg.